Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs auswählen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Wählt aus. Wählte aus. Hat ausgewählt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich wähle aus. Du wählst aus. Er wählt aus. Wir wählen aus. Ihr wählt aus. Sie wählen aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich wählte aus. Du wähltest aus. Er wählte aus. Wir wählten aus. Ihr wähltet aus. Sie wählten aus. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ausgewählt. Du hast ausgewählt. Er hat ausgewählt. Wir haben ausgewählt. Sie haben ausgewählt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich wählen aus. Ich wähle aus. Du wählst aus. Er wähle aus. Wir wählen aus. Ihr wählet aus. Sie wählen aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich wählte aus. Du wähltest aus. Er wählte aus. Wir wählten aus. Ihr wähltet aus. Sie wählten aus. Den Schluss macht der Imperativ. Wähle aus du. Wählen aus wir. Wählt aus ihr. Wählen aus sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb auswählen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.